Zweite Liga, 1860 gegen St. Pauli. Die Löwen sind seit acht Spielen ungeschlagen. In der Rückrunde gab 1860 noch keinen einzigen Punkt ab. Fünf Siege, elf zu zwei Tore. Gegen Pauli soll diese Serie nun in der Allianz Arena fortgesetzt werden. Trotz fünf Punkten Rückstand auf einen Aufstiegsplatz, bei einem Spiel weniger, gab Trainer Maurer nach wochenlangen Tiefstapeln erstmals wieder ein neues Ziel aus. Wir sehen die Aufstiegsplätze nicht mehr nur mit dem Fernrohr, sondern haben sie in Sichtweite. Eine deutlichere Kampfansage an die direkte Konkurrenz kann es kaum geben. Vor allem das Trio laut eigener Volland sorgt derzeit mit starken Spielen für die Leistungssteigerung. St. Pauli hat nach 23 Spieltagen exakt die gleiche Bilanz wie in der Aufstiegssaison vor zwei Jahren. Besser war man zu diesem Zeitpunkt nie. Vor allem bei Standard sind die Hamburger besonders gefährlich. Liga-Spitzenwert mit 14 Treffern. Auch ein Verdienst von Mittelfeld-Ass Boll. Doch genau der fehlt jetzt aufgrund einer Gelbsperre. Die Löwen haben aus dem Hinspiel noch eine Rechnung offen. Nach einer 2 zu 0 Führung musste man sich ein Millertor mit 2 zu 4 geschlagen geben. In den neun Zweitliga-Duellen zwischen 1860 und St. Pauli gab es noch keinen Auswärtssieg. Die Teams haben eine ausgeglichene Bilanz bei einem Unentschieden. Es ergeben sich folgende Quoten. 2,3 für einen Heimsieg der Münchner, 3,25 fürs Unentschieden und 3,05 für den Auswärtssieg von St. Pauli. Musik